Seid gegrüßt meine lieben Freunde, ich hoffe euch geht es gut, ihr hattet einen wunderschönen Abend bestimmt oder einen wunderschönen Nachmittag und habt ihn auch genossen. Hier mal aus dem Hause der russischen Produktion Musikindustrie, kann man etwa sagen. Ein Künstler, auf den ich gerade gestoßen bin und mal gucken, was er so raushaut, was er so drauf hat und vielleicht ist es mal eine Abwechslung zu den anderen Tracks, die ich so bis jetzt mir angehört habe. Deswegen bin ich gespannt und lasst uns mal loslegen und schauen uns mal gemeinsam diesen Track an. Auf Wiedersehen! Das ist gut. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 man den so wie wir denn jetzt zur Zeit so kennen oder wie wir die bis jetzt kennen lernen, so diese Trap mäßigen Shit, sondern das war echt so ein richtig geiler, man konnte auch gar nicht sagen was das jetzt für ein Beat war, war das eher so ein Double Time mäßiger oder weil er hat ab und zu so richtig schnelle Drums gehabt oder war das eher so ein Slow mäßiger das war so ein geiler Mix und dann auch noch dieser Flow, der hat einfach gebrettert junger Mann ich danke euch fürs Zuschauen, wir sehen uns ich wünsche euch eine gute Nacht bis denn, tschüss